Hallo und herzlich willkommen bei Reddog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Left 2 Survivor Apokalypse. Viel Spaß. Okay, wir sind bei 100% angekommen und dann müsste es jetzt losgehen. Da sind wir. Ist das mein Account oder nicht? Okay, der hat schon viele Sachen, ne? Müsste eigentlich sein. Aber ich schaue nochmal kurz nach. Eine Minute bitte. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Waffe. Okay. Ah, warte mal. Space. Linke Maustaste. Recht und Shift. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Das war's für heute. Das war's für heute. Das war ja haarscharf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Außer sie sind hier drauf gedrückt. Das ist ja natürlich ein Ding ins Bummens. Das war's für heute. Hmm. 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 Das war's für heute. Hmm. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, gerade eingenickt, komm, mach mal eine Runde, Region 3, nicht abgeschlossen, abgeschlossen. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm, mach mal eine Runde. Komm schon, komm. Komm schon, komm. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Komm schon, komm. Komm schon, komm. Komm schon, komm. Okay, das war eigentlich leichter. Warum war der davor so schwer gewesen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ne, 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 ne. Oh, der ist jetzt rot. Gut, die sind krün. Komm schon, sag, sag, sag. Gut, die sind krün. Ich bin krün. Geh, ich bin krün. Was ist das? Was ist das? Not 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 Fort farm Was bedeutet die 14? Heißt das nochmal schwieriger? Ne der ist 6 und rot Ha Probieren wir mal die 14 aus Und Schreif 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 Peng, peng. Das sieht auch schon mal so gut aus. Okay. Dann gehen wir hier auf, auf die 13. Oder heißt das, so viele Missionen habe ich da frei? Hm, das kann natürlich auch sein. Aber bei der 14 war jetzt eine 13. Also wenn jetzt eine 12 da steht. Ha 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 ha. Easy going. Da gibt es wirklich so richtig leichte und dann so richtig schwierige. Aber ich denke mal, es liegt auch daran, weil ich jetzt die grünen Queste mache. Ja, das sind glaube ich die Anzahl der Missionen, die ich da habe. Aber so viele Tomaten habe ich gar nicht. Eine Mission kostet zwei Tomaten. Ich glaube, ich hatte zehn gehabt am Anfang. Also bin ich gleich pleite. Also, was heißt pleite? Gleich habe ich keine Tomaten mehr. Ja, das war doch noch. Zupi jetzt stand da gerade noch zwei tomaten habe ich jetzt noch zwei oder sind das die zwei jetzt ja 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 ok das war die niederlage kein problem bin jetzt auch fertig also sag ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du aber nächstes mal wieder dabei seid bis dann wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen